Also, als erstes checke ich die Lage. Ich kann schon mal keine Verstärkung mehr rufen. Hier ist das Ziel. Und eins. Was ist denn der zweite? Hier unten? Ach, da. Zweites Ziel. Okay. Und jetzt machen wir es nochmal wie vorhin. Das heißt, wir gehen hier hinten wieder über den Aufzug. Was stimmt nicht mit dir? So, der geht wieder. Was ist denn da das Buch? Was ist jetzt passiert? Also, ich... Wir müssen ihn finden. Treibt ihn da raus. Hier sind jetzt drei oben. So. Du bist tot. Hörst du mich? Scheiße, Junge. Wie lange soll ich... Das reicht. Wirf eine Granate. Oh, Leute. Die war doch meilenweit weg. Also wirklich. Die war wirklich ultra weit weg. Und noch einmal. So, Nummer eins. Du kannst schon mal keine Verstärkung holen. Dich versuche ich zu sprengen. Oh, da ist doch gerade was explodiert. Rein da und finde den. Auch keine Verstärkung. So, da bist du das andere Ziel. Ich sehe nichts. Ich suche woanders. Möchten Sie einen? Es gibt einen Räumungsverkauf. Ach, fuck! Auf der Manier! Was soll denn das? Jo, jo, jo. So schwer kann es doch gar nicht sein. Hey! Sag mal, was ist eigentlich mit dem Strom? Der ist mir viel zu nah. Ich hab ihn doch abgelenkt. Was für eine Wortwahl, fickt euch doch alle. Ich hab hier nichts, weiter geht's. Ich glaub der wieder zurück hier. Ich seh ihn schon. Ich seh nichts. Ich such woanders. Ich will sie einen. Du hast dich heute mit dem falschen angelegt. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Du bist Mordmann! Hörst du mich? Er war irgendwo da drüben. Los! Augen auf! Findet ihn! Wachsam bleiben, Leute! Hier ist nichts zu sehen. Ich seh da drüben. Ich seh da drüben. Ach, Leute, das ist doch kacke. Poetisch oder nicht? Absolut poetisch. Boah, aber so langsam krieg ich hier echt genug. Das ist doch nicht wahr. Kann man einer googeln von euch, ob das so ein ganz, ganz schwieriger ist? Warte mal, wir befinden uns hier. Ist das The Loop? So, das ist ein Ziel, den kann ich sprengen. Ey, wenn er den jetzt sprengt, ne? Das wär's jetzt gewesen, wenn er das Ziel gesprengt hätte. Keine Verstärkung. So, die gehen jetzt alle da rüber. Oh, was war ihr hier? Hm. Ich hab das zweite Ziel noch nicht gefunden. Da, 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 da. Besser nicht, nicht, dass wir dir, was, vielleicht sagen müssen. Nee, du hast es einfach nur drauf. Das bringe ich nicht übers Herz. Baschur, das glaube ich dir nicht. Gerade du würdest das übers Herz bringen, mir sowas zu sagen. Gerade du. Naja, das ist halt gerade wieder so, so ein... Willst du noch den anderen, ähm, das andere Gang versteckt, wo ich auch so übelst Probleme hatte? Ich würde ja gerne da rüber greifen. Ich würde halt wahnsinnig gerne da rüber greifen. Ah, das geht hier in dem Spiel ja nicht. Das ist eine wüste Unterstellung. Ich bin ein sehr feinfühliger Mensch. Mhm. Feingefühl war doch das, wofür man Presslufthammer hat. Ja, genau. Genau, genau dafür hat man den Presslufthammer. Kann ich den hier irgendwie... Ah. Ah. Wachsam bleiben, Leute. Okay, noch nicht gesehen, noch nicht gesehen. Ach so, Nummer 1. Wie liegt die Knochen sich da unten? Warum schon jeder? Den kann ich ablenken, den anderen nicht. Weil ich schnell bin. Fack, 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 fack. Nein! Ich war nicht schnell genug. Weil Olle Aiden wieder seinen Superflip da hinlegen musste. Mann! Nein, kümmert es auch nicht. Hör doch auf. Ziel Nummer 1. Ziel Nummer 3. Jetzt mein Ziel. Ach so. Ziel. Okay, ist halt richtig eklig, ne? So, und die beiden kann ich wieder nicht sprengen. So eine? Hey Mann, pass auf! Oh! Wer ist da? Ich sollte das melden. Ach egal. Ach egal. Ach egal. Ach egal. Ach egal. So, kommst du jetzt hier wieder runter? Hast du gehört? Wer? Wer soll das gehört haben? Oh, kommst du jetzt, kommst du jetzt. Oh! Was war das für ein Geräusch? Tja, was war das denn, kommt doch hier. Was war das für ein Geräusch? 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 Was war das für ein Geräusch?